Hallo zusammen, es gibt so viele Schulungsvideos für Schlagzeuger im Netz, da habe ich mir gedacht, ich mache auch mal eins. Und zwar habe ich mir vorgenommen, euch das folgende zu präsentieren, und zwar die Pause. Zwei Sachen sind wichtig, korrektes Einzählen und danach gutes Timing. Nicht schneller werden, nicht langsamer, aber vor allem nicht schneller werden. Also gutes Einzählen und korrektes Timing. Es geht los. Zwei Sachen sind wichtig, bis zum Zwei Sachen sind wichtig, bis zum Zwei Sachen sind wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.